Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute machen wir nur eine ganz kleine Kleinigkeit nach dem Motto Pimp My Bread. Wir werden eine Beilage gestalten, ein Brot. Dieses werden wir noch mit einem kleinen Zusatz versehen, Bacon natürlich. Und dann probieren wir das nachher. Viel Spaß dabei! Wie schon erwähnt, was wir dafür brauchen ist Bacon, den werden wir gleich erstmal anbraten. Dann ein Brot. Ich habe ja eine Fertigbrotbackmischung genommen, Sonnenblumenkernbrot, natürlich. Die Brötchen machen wir nach der 30-30-30-Methode. Nach dem Kneten 30 Minuten ziehen lassen, nach dem Formen 30 Minuten ziehen lassen und nach dem Backen auch nochmal 30 Minuten ziehen lassen. Da können plus minus ein paar Minuten drin sein, ja. Aber grob die Richtung, das wird es schon sein. Der Bacon wird einfach grob gewürfelt. Also ist jetzt nicht so dünn geschnitten, aber dann halt in ganz dünn, kleinen Stückchen geschnitten. In die Pfanne damit und so lange rösten lassen, bis er einigermaßen kross ist. Das machen wir jetzt einfach mal. Die Backmischung kommt einfach mit 300 Milliliter lauwarmen Wasser in den Mixer mit Knethaken. Diesen lässt man dann erst langsam loslaufen. Und wenn sich das Ganze einigermaßen vermengt hat, gibt man volle Kanne, bis sich der Teig vom Rand löst. So, der Bacon ist so gut wie fertig. Entschuldigung für den Lärm, die Ruhmaschine ist so laut. Den tun wir jetzt einfach mit im Brot. Hier sieht das Ganze mittlerweile aus. Ich weiß nicht, wie wir es sehen können. Ich weiß nicht, wie wir es sehen können, wie wir es geschmeckt sind. Ich weiß nicht, wie wir es sehen können. Ich habe noch zwei Esslöffel Mehl extra reingetan, weil durch das Ganze etwas zu feucht geworden ist und einfach klebt. Hier sieht, müht sich alles gut. Das heißt, wir würden jetzt auch noch frühen. Ich gehe nochmal kurz mit der Hand da los und dann lasst wir eben die ersten 30 Minuten um. In der Zwischenzeit habe ich eine Schale mit Wasser in den Herdbetalen bei 170, 180 Grad Ober- und Rätsel mit Umluft Das wird lecker. So, der Teig ist schon aufgegangen. Ich mache jetzt was mir drauf, wenn nicht so an den Fingern klebt und dann verteile ich den. So, das Ganze ist zu einer Wurst geformt. Jetzt machen wir daraus acht Brötchen. Jetzt teilen wir den Teig jetzt erst mal in jede Menge gleich große Stücke. Das Schöne bei acht ist, das ist zweimal zweimal zwei. Das heißt, man kann das Ganze super einfach teilen, indem man nur immer die Mitte nimmt. Dann haben wir in die Brötchen geknetet. Ich habe kein Wiel mehr an die Finger genommen. Und zack. Mal gucken. Ich rolle das also immer von oben nach unten ein, sodass das hier unten noch reingedrückt wird. So. Das ist der letzte. Zack. So, jetzt kommt noch mal ein Andruck drüber. Nehmen wir mal ein frisches. Und wir lassen es doch mal ziehen. Machen wir so ein feuchtes davon drüber. Boah. Und bevor meine Frau mich umbringt, räume ich hier auf. So, noch mal eine halbe Stunde später. Die Brötchen sind noch mal ein bisschen gewachsen. Sehen sehr gut aus. Backofen habe ich übrigens auf 200 Grad hochgedreht. Ui, ui, ui. Jetzt hinein, das gute Stück. Wie man sieht, das Wasser hat auch leicht gekocht. Das Brötchen hat mir relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann gehen wir dem Ganzen hier jetzt erstmal eine halbe Stunde. Bis später. So. Halbzeit. Ich habe die Temperatur runtergedreht auf 170. Das ist jetzt noch eine Viertelstunde. Und dann lecker. So. Wie ihr seht. Zehn Sekunden. Darauf lassen wir es sich gar nicht ankommen. Autsch. Wasserdampf. So. Kleiner Blick in meine Korms-Schublade. Ich lege mal eben die Kamera ein bisschen beiseite. Ich kenne mich. Wasser nahezu verdampft. Wasser nahezu verdampft. Wasser nahezu verdampft. Und wieso die jetzt noch ziehen müssen. Jetzt sind das aktuell Steine. Jetzt lassen wir die ein bisschen ziehen. Halbe Stunde ist wahrscheinlich zu viel. Viertelstunde dürfte die reichen. Ich werde mal gleich mal gucken. Aber danach sind die... Mua. So. Wacht jetzt einfach vorbei. Ich hoffe, ob ich die Kamera nicht bestellt bekomme. Ich habe mal wieder keinen, der mir helfen kann. So. Messer. Deutlich weicher. Ganz zart. Der Speck da drin. Die Sonnenblumenkerne. Klar, die waren ja vorher schon drin. Das Brötchen. Super Konsistenz. Da zauber ich jetzt ein paar Burger draus. Und dann wird sich satt gegessen. Schön. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie soll man von diesen kleinen Brötchen satt werden? Hausbäcker sind die immer viel größer. Ja, da sind die auch aufgeblasen. Hier ist komplett Teig. Wie gesagt, das ist jetzt ein Brotteig. Das ist kein originärer Brötchenteig. Und dann geht's los. Mayonnaise. Jemals. Schöner Klecks drauf. Aufeinander legen. Verdrehen. Und so ist verteilt. Salat, was ich nicht alles habe. Als Grundlage auch das Brötchen. Das würde ich halt nicht richtig belegen. Ein bisschen Zupfsalat. Ein Frikot. Dann nehmen wir die guten vom Discounter. Schmecken übrigens besser als erwartet. Und deutlich günstig was selbst gemacht. Jetzt geht nichts an die selbstgemachte Frikadelle. Gar keine Frage. Aber fiel mal eben zwischendurch. Hallo. Ich habe hier Tomate. Erfahl. Salz. Dann eine Scheibe Emmentaler, der ist für den Geschmack ein bisschen härber, ist total prüriert für Börder, das sollte ich aber ausprobieren. Auch den Emmentaler, ein bisschen abrunden, Gurken, eins, zwei, vier, auch für Gurken ein wenig Geschmack. Nur ein Tropfen Ketchup, den tue ich aber aufs Brötchen. Da reicht tatsächlich dieses bisschen, aufs Brötchen drauf. So, dann nehmen wir die Kamera nochmal in die Hand. Na, ist das der Knaller! So, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch genauso schmecken sollte oder euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch, einen freundlichen Kommentar. Abonnieren könnt ihr meinen Kanal wieder hier unten und hier oben. Hier verweise ich noch auf andere Kanäle bzw. ihr könnt euch andere Videos schon mehr angucken. Und ich freue mich darauf, euch das nächste Mal wiederzusehen. Tschüss! 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 Tschüss!